So, da sind wir wieder zurück. Ich habe einen kleinen Fail gemacht. Ich habe das Video nämlich nicht aufgenommen. Ich habe nur meine virtuelle Kamera gestartet. OBS sei Dank. Ich weiß gar nicht, was ich mit der virtuellen Kamera amt soll. Also mit dem Rutschen, was ja die dritte Bootaufgabe ist, ganz simpel. Stellt euch einfach an den Berg, drückt einfach wie ihr vorher schon immer gerutscht seid. Einfach so, so dass ihr 20 Meter rutscht. In dem Fall, zack, ganz easy. 20 Meter werden das safe gewesen sein. Also nicht wie ich jetzt hier. So wird wahrscheinlich nicht reichen, weil so kommt ihr keine 20 Meter weit. Ihr müsst natürlich schon irgendwie einen Berg haben oder so. Aber ich denke mal, das erklärt sich in der Regel auch von alleine. Ich hoffe, den meisten konnte ich helfen. Wenn ihr es in den Einstellungen nicht findet, ich denke mal, die meisten werden das finden. Dann guckt einfach nochmal genauer nach, wo ihr wirklich Rutschen stehen habt. Oder aber die Taste ist euch auch schon in der Aufgabe erklärt. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut herein. Denkt dran, vergesst nicht, ein Like dazulassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo rausrauen. In dem Sinne, haut herein.